Als erstes der Bericht von Frau Ilana Zikorell, Antrag auf Aufhebung der Immunität von Maria Spiraki. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Ich checke das sehr gerne. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Als nächstes der Antrag auf Aufhebung der Immunität von Alexis Georgoulis, Bericht von Herrn Andrzej Hilacki. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Nun.